Hallo, mein Name ist Martin Göldner. Ich bin der Produktmanager für Mähwerke bei Klaas. Ich darf Ihnen heute die leichtzügigste Mähwerksbaureihe am Markt vorstellen. Verfügbar für die nächste Saison mit MaxCut Mähbalken, einzigartiger Entlastung, optimierter Transportposition, kann sie auch bei Ihnen für Zufriedenheit und Effizienz sorgen. Eine Transportposition über 90 Grad verschiebt den Schwerpunkt der Maschine hin zur Mitte. Das macht zum einen den Straßentransport sicher, zum anderen den Blick durch den Rückspiegel frei. Die innenschuhlosen Heckmähwerke von Klaas zeichnen sich durch ein Doppelgetriebe und den Balkeneintrieb von oben aus. Das ermöglicht einen freien Hutfluss und eine schmale Transportposition. Alle Disco Heckmähwerke können direkt vom Traktor auf den Bock abgestellt werden, sind keine zusätzlichen Stützen notwendig. Ziel der Entwicklung war es, Langlebigkeit und Leichtzügigkeit zu vereinen. Bewusst wurden bestimmte Bauteile verstärkt oder in Bezug auf Gewicht optimiert. Deshalb sind die Disco Heckmähwerke nicht nur in der Ebene, sondern auch in Hanglagen zu Hause. Eine rote Markierung zählt komfortabel die richtige Unterlenkerhöhe. Die integrierte Anfahrsicherung ermöglicht es dem Mähwerk bei Hindernissen auszuweichen. Der Antriebsstrang beginnt mit der neuesten Generation Walterscheid Gelenkwellen, wartungsarm und ohne Sicherungskette. Danach geht es weiter mit dem kräftigen Riementrieb. Dieser dämpft Lastspitzen und ist werkzeuglos spannbar. Er treibt das Doppelgetriebe an, welches dann von oben in den Mähbalken die erste Mähscheibe antreibt. Wie Sie sehen, wird Zugänglichkeit bei uns groß geschrieben. Alle Disco Heckmähwerke sind mit dem weltweit bewährten Max Cut Mähbalken mit Messerschnellwechsel ausgestattet. Er zeichnet sich unter anderem durch die wellenförmige Balkenwanne und die zum Tunnel geformten Gleitkufen aus. Dies führt zu einer perfekten Schnittqualität und sauberem Futter. Der Antriebsstrang ist für weltweiten Einsatz ausgelegt und erlaubt eine große Bandbreite an Arbeitspositionen, von ganz unten bis ganz oben. Grund für die überragende Leichtzügigkeit unserer Maschinen ist die sogenannte Schwerpunktentlastung. Die große Feder greift mittig am Maschinenrahmen an und die Kraftlinie geht gedacht durch den Schwerpunkt der Maschine. Durch die innere und äußere Abstützung wird die Kraft gleichmäßig auf den Mähbalken verteilt. Die kleine innere Feder entlastet zusätzlich den Mähbalkenantrieb. Unsere einzigartige Schwerpunktentlastung bringt die Vorteile einer Mittenaufhängung nun auch für die Seiten aufgehangenen Modelle. Und natürlich wurde auch die Liebe zum Detail bei den kleinen Modellen nicht vergessen. So ist die Außenkante des Schutztuchs mit einem zusätzlichen Bügel geschützt. Die Drehpunkte der Schutzbügel bleiben durch Messingscheiben auch nach Jahren beweglich und das Schutztuch selbst ist mit Edelstahlschrauben befestigt. Natürlich bieten wir auch Modelle mit einer Arbeitsbreite bis zu 3,40 m und dadurch bedingt noch steileren Transportpositionen an. Auch hier lag der Fokus auf Leichtzügigkeit und Langlebigkeit. Die vorher genannten Features wurden auch hier übernommen und auf die Einsatzgebiete der größeren Arbeitsbreiten adaptiert. Die gezeigten Features setzen neue Maßstäbe bei Haltbarkeit und Langlebigkeit. Fordern Sie das Disco heraus!